Willkommen auf Installateurdienst.de, dem kostenlosen Auftragsportal für Installateure. Sie sind Installateur und Sie sind qualifiziert für Arbeiten in Strom- oder Gasnetzen? Dann zeigen wir Ihnen hier einen einfachen Weg, wie Sie leicht an neue Aufträge gelangen können und sicher Ihr Geld erhalten. Wir von Installateurdienst.de sammeln für Sie Anfragen von Energieversorgungsunternehmen, wie zum Beispiel zum Austausch eines Zählers in einem Einfamilienhaus, auch in Ihrer Umgebung. Installateurdienst.de ist also eine gute Anlaufstelle für Sie, um einfach an Aufträge zu gelangen. An Aufträge von Profis für Profis. Wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen in nur fünf Schritten. Als erstes legen Sie Ihr Benutzerkonto an. Dazu klicken Sie auf das Feld Kostenlos registrieren. Sie werden nun Schritt für Schritt durch das Anmeldeformular begleitet. Nun benötigen wir nur noch einen Nachweis über die für Ihre Arbeit vorgeschriebene Qualifikation. Diesen können Sie entweder an uns faxen, per Post senden oder als digitale Kopie hochladen. Während wir Ihren Nachweis prüfen, können Sie sich schon auf unserer Plattform umsehen. Sobald Ihr Benutzerkonto von uns freigeschaltet wurde, werden Sie von uns per E-Mail informiert. Jetzt steht Ihnen der volle Funktionsumfang des Installateurdienstes zur Verfügung. Suchen Sie sich nun die Anfragen heraus, die für Sie interessant sind. Für ein Angebot müssen Sie im Wesentlichen nur Ihren Preis für eine ausgewählte Anfrage ermitteln und diesen eintragen. Sobald Sie für eines Ihrer Angebote beauftragt wurden, werden Sie unverzüglich per E-Mail benachrichtigt. Alle notwendigen Dokumente für die Abwicklung bekommen Sie automatisch per E-Mail. Nun können Sie den Auftrag ausführen. Nach erfolgreichem Abschluss und Abnahme des Auftrages wird auch schon die Abrechnung eingeleitet. Sie müssen hierfür nicht einmal mehr Rechnungen schreiben. Sie bekommen von uns einfach eine Gutschrift. In Ihrer Buchhaltung verhält sich diese genauso, als hätten Sie uns eine Rechnung gestellt. Den Überblick über Ihre laufenden Angebote und Beauftragungen behalten Sie innerhalb Ihres Benutzerkontos. Installateurdienst ist übersichtlich und leicht zu bedienen. Und mit unserer Geld-Sofort-Option bekommen Sie Ihr Geld ohne große Wartezeit innerhalb von sieben Werktagen nach Abnahme des Auftrages. Mehr Informationen hierzu und zu den einzelnen Schritten finden Sie in unserer Informationsleiste und bei der Anmeldung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.